Am 27. Februar, kurz vor Mitternacht, steht sie fest. Die Nachfolgerin von Cornelia Stangl. Da wird im Kulturhaus Bruck die neue Mysteria 2016 gewählt. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. Ein erstes Schnuppertraining ging kürzlich im Autohaus Opel Fior über die Bühne. Wir bemühen uns wirklich den Kandidatinnen einen Mehrwert zu bieten. Aus der Beteiligung an der Misswahl, wo machen wir jetzt vorher diesen Kennenlerntag, wo sie einmal reinschnuppern können in das Business, wo sie geschminkt werden, wo die Haare gestylt werden, wo sie Fotoshootings haben in verschiedenen Posen, in verschiedenen Outfits, in verschiedenen Zusammensetzungen vom Hintergrund her und natürlich auch schon mit einem ersten Laufstecktraining mit unserer Choreografin, mit der Summi Riegler. Es wird noch ein paar Trainingseinheiten benötigen, bevor feststeht, wer heuer das Siegerkrönchen der schönsten Frau des Steirerlands bekommen wird.